Musik Drei, eins, ein... Hallo, jahllo, wunderschönen guten Fall, Wolf. Ja, ich komm zu einer Meinung, wir haben einen Lucky Block zusammen mit Wasti Taros und extrem verzockt. Jetzt nochmal 3, 2, 1, einer macht nochmal. Nein, halt deinen Maul, man. Das war die Ansage. So, willkommen zu Lucky Rush hier und wir haben in der Mitte, haben wir hier einen Dispenser und wir werden jetzt zufällig auslosen, wer welche Blöcke bekommt. Ich bin der Erster gewonnen. Nein, du machst Cut, da wärst du erster. Yay. Also einen Stack Creeper, geh auf deinen Insel. Was, denn ernst? Ja. Was hast du da? So, du? Taros? Oh fuck. Nein. Max? Oh fuck. Oh yes, baby, ja. Das schaffst du? Ja. Und ich hab die Time Machine, alles klar, das wird sehr spannend. Ja, in 3, 2, 1. Hey. Ich mach hier das Vierchen ein. 1, 3, 4. Los. Los. Ja genau. Oh, das willst du doch verarschen. Wer hat nachgemacht? Wer war das? Ja locker, ich hab schon nix gewonnen. Oh mein Gott. Oh, wir sind gerade 200 Zombies gespawnt. Iblali. Hey, was fliegt da bei Max rum? Ein Esel. Nein. Verlass mal runter. Ist richtig. Ey, wenn das so... Oh, Esel kommt zurück, Alter. Mit was lockt man Eseln an? Oh. Mit einer Kamotte. Esel kommt zurück. Komm schon Esel, ich will nicht fliegen. Was? Du willst ein Esel fliegen? Fliegen. Junge, ey. Unnormal. Willst ein Esel ficken? Nein, er will den Esel striegeln. Nicht ficken. Warum nicht ficken? Aber Bumsen darf man noch nicht sagen. Hahaha. Komm auf. Oh Mann. Das was du meinst, ist knattern. Richtig durch die Gegend. Knatterbadadada knattern. Warte mal, was hat das so im Angebot? Ah ne, ich krieg besseres Zeug. Gebrauch... Nein! Leck! Oh, ist das Abfuck, Alter? Ist das Abfuck, Alter? Ich brauche Leck 2. Wer macht das? Flash Leck 2. Alter, wie viel Scheiß. Yo, Alter! Alter! Okay. Ich hab einfach mal... Alter! Was? Ja, ich hab einfach krass viele Lucky Blocks noch dazu bekommen. Okay, nice. Wow. Assi. Assi, massi! Und ich hab 58 Nether Stars. Wow. Ist gut, oder? Assi. Ich hab auch wieder Blöcke dazu bekommen. Boah, ich muss ja... Ich krieg einfach gar nichts. Ach Gott, ich hasse diese verfickten Zombies. Runter mit dir, du Drecksfisch, Mann. Leck nicht. Leck mich an Arsch, du Biss... Nein, 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 nein. Der hat sich einen Creeper mit einem Katze auf Kopf? Irgendwann hat sich eine Rückkopplung. Keine Ahnung, ich nicht. Na, wird Discord wahrscheinlich bei mir sein, dann. What the fuck? Ja, warte, warte, warte. Ja, Mann. Never stop, bitch. Please, Alter. Giga Creeper hat mich gekillt. What the fuck? Hä? Hat... Oh mein Gott. Geh weg. Wow, Bastia. Yo, yo, trolled, Bro. Was hab ich? Äh... Time Machine. Na ja, und? Hat jemand die... Ach, hat jemand reingetan? Ja, ich. Ja. Ah, gut. Ich dachte, äh... Dass du die irgendwie durch andere bekommen hast, durch andere Blöcke. Hat grad... Wie, Stardos war slain by Custom Zombie? Ja, die fucken mich schon die ganze Zeit ab! Nein, ich wollte mich nicht killen. Wow! Wow! Katze fliegt! Da hab ich mich jetzt auch voll weggehauen. Ah, nice. Dankeschön. Oh! Bitte, sei nix böses, Tacken. Bitte, sei... Mann, Mann, Mann. Yes, Babe. Oh, ein Herzchen! Nett! Ja, Max ist wahrscheinlich Flug sagt nichts. Hey, was? Nein. Nein, weil du gesagt hast, yes. Ja, und? Nur weil ich yes sag... Ich mein, wenn ich yes sag, könnte es auch no heißen. Wow. Hä? Verstehe ich nicht. Tja. What the fuck, Alter! Ey, das ist nicht mehr normal hier. Wow, 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 wow. Was ist das denn? Da fliegt ein fucking Skelett, das unsichtbar ist. Wow. Und es schießt mich aus. Zweimal dasselbe Event hintereinander. Unten! Oh, Achtung, ein Endertrache ist unterwegs! Na super, der baut jetzt unsere Wolle ab. Er kommt von mir. Ja. Hat einer Leg 5 gemacht, äh, Leg 2. Er hat zwei. Nein! Dann weiß ich nicht, woher hin ist. Was geht, Mann? Wo ist der fuck schon wieder die Zombies? Könnt ihr mir bitte jemand erklären, warum hier irgendwo ein Unsichtbarer durch die Gegend latscht bei mir in der Base? Nein! What the fuck? Oh mein Gott! Fuck! Das war ich! Ah! Ja super, ich hab keine Lucky Blocks mehr und kein Inventar mehr. Doch, ich hab hier noch Lucky Blocks rumliegen, ihr habt alle verloren, ich darf jetzt noch zwei auf... nein. Nein, es darf nicht jeder noch, äh, 32 geben, oder? Ja. Alter, das ist dein Ernst, ich hatte den fucking God's Word. Oh, ich hatte auch übeles gute Zeug. Nein, ich hatte jetzt nicht so gutes Zeug, aber... Jeder noch 32. Ich hab noch 35, weil ich noch rumlage. Hihihi. Schon wieder die Pisser, Mann! Mann, ja. Einfach mal... Ja, ich hab einfach mal das Inventar geklärt. So nice, ne!? Ja, lol. Nein, 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 nein. Ich hasse deine Fresse. Nein, nein, nein. Mann, man hier mal Leg 1 machen, bitte? Nee, danke, ich bin sott. Ich mach mal Leg 1. Hör mal. Hast du? Ja, hab ich gemacht. Okay, nice. Aua, Katze brennt. Ui, ich hab einen Doren gekonnt. Au, ich hab einen Doren gekonnt. Aua, aua, aua... Warum hab ich hier eigentlich schon wieder Toys incoming? Was? Wo hab ich denn gerade 100 Emerald Block gekriegt haben sollen? WTF. Okay. Auaaa! Ja super. WTF. Oh mein Gott yes. Jetzt sind es halt wieder runter gesprungen. Was slain by toast. Max kämpft schon wieder mit den Kalorien. Uuuuh. Kann ich damit sagen, dass du fähnnen. Oh nein. WTF, meine Base hat immer mehr zugebaut. Ich brauch Holz, Alter. Also ich weiß ja nicht, aber ich fand den Move cool, wie ich dir. Aber ich hab wieder 51 Plätze. Er hat dann einfach die Giga Chess-P Male schon wiederbekommen. Ey, was für ein Held. Wer ist ein Held? Basti. Nichts hält ihn. Guck, meine Autolabordin. Ich stehe vor dem Scheißblock, nichts passiert. die ganze zeit über ich mache das blog auf und im moment explodiert er ja 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 ich denke mir wirklich so die ganze zeit kann das echt nicht wahr sein ich kriege nichts ferdinand ferdinand wir werden das zusammen gewinnen okay ich habe jetzt ein pferd das heißt ferdinand das killt euch alle ich brauche ich habe jetzt zwei pferde das eine heißt ferdinand das andere walter ich bin ziemlich brennende katze wenn du mich fragst alter der zombie haut das pferd oder das pferd ist vergiftet irgendwie sowas egal ich weine gleich warum denn weil ich nichts gutes bekomme ja ich hab gerade auch nur gebt mir doch einfach die fucking spinne und mein joker leider gar nicht spare zombies packen ab in den halloween lucky blocs und mein swan ist kaputt und ich denke mir so die ganze zeit war wer auch immer bei mir ist ich musste gerade uns vom pad machen das assi wenn du jetzt das weg macht muss ich bin schon die ganze zeit bei dir wieso überhaupt bei mir weil du halt eine base hast wo man leicht hinkommt hör auf nein geh weg verpiss dich von da einen einzigen schott leute ich möchte noch spielen machen kaputt jungen machen kaputt mann ey dieser infkler alter wir das ist gesagt dass ich möchte noch spielen ja mama bitte nicht ich möchte noch spielen mama ja lol ich habe keine bürke mehr zum weiterbauen ich bin einfach richtig im arsch mann ich komme nicht weg das tut mir nicht leid ich habe nicht mein scheiß schwert ich habe nicht mal ein scheiß schwert aber wirklich ein pomba essen oder kostet ja was draberst du alter wer da eigentlich die halloween lucky blocs rein gemacht wow ich bin gerade runter gefallen durch eine potion teleporting tnt what also ich fände es ja witzig wenn ich jetzt nochmal ein infkler hin bekomme ja und dann ich glaube dann wäre ich stinksauer weil ich habe nichts mehr das ist jetzt schon so dermaßen wenig was ich habe oder what the fuck fleck 2 ok david hat entweder ein teleporter oder so irgendwie was bekommen wieso ja weil ich es gesehen habe david ja deine scheiß wolle ist weg du bist ein bürensohn ne what the fuck du bist so ein spasti ich kann nichts machen ne ja guck mal der tötet mich doch noch der bastard hey oh 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 was verstehst du von mir ich glaube aber keine bösen lörter ich glaube aber keine bösen lörter alles gut oh fuck hau doch ab wir ausrastet ich habe einfach nichts zu machen meistens schief aber mit dem abgefuckten bogen der hurensohn oh schön ich hab halt nix ich hab halt nix ich hab halt nix ich hab halt nix hä wer irgendwie ein zombie hat mich gekillt ich hab keine baublöcke ich hab keine waffen ich kann nichts machen alles was unsiegbar kann das sein ja aber das bringt mir einen scheißdruck katze ich baue dir einen weg ok oh ja guck mal ich baue einen weg das ist super nett das ist schon nett oder ja ja max der lümmel läuft zu mir im moment ich muss grad was will ich denn ruhe max was will ich denn ruhe hättest du den weg noch kurz weiter bauen können bitte nein da will sich meine wolle nein ich will keine wolle ich will nur mein holz holen oh ne nein ich bin runter gefallen jawoll also den gip kann ich nicht überspringen ja er hat sich noch holz geholt nee hast du nicht bekommen nein komm schon ein block bringt mich zwei nach vorne bitte gib vier nein es gibt drei max nein leck mich am arsch warum lebt david eigentlich noch ja weil ich von nem custom ding schießt der wer schießt ach ach so katze da ich baue für dich den weg das ist super nett von dir max verpisst dich auch ja ich bin nicht runter gefallen wär auch witzig gewesen wo ist katze katze ist unsichtbar ja ich hab ihn gesehen der ist als ob er zu mir geht der sack was für ein lauf was für ein lauf das ist meine einzige chance hier irgendwas produktives zu erreichen ansonsten nicht nein ich hab ja nichts ich hab keine waffe ich hab gar nichts ich kann vielleicht deine wolle holen und das wars dann hallo kleine schafi alter katze was baust du für basen ja ich kann dieses mit dem 3 pixel ding da nicht deswegen hab ich mir gedacht ich baue einfach coole basen die toll sind weißt du du hast ein labyrinth gebaut da unten wo unten Tür oh ich hätte nicht gedacht dass es funktioniert basti ich bin so lieb weil du mir den weg gebaut hast in dem labyrinth ist nix drin ja das weiß ich jetzt auch hab ich mir hab ich mir wirklich mal gegönnt bei dir ja boah nein das ist so ein scheiß drop ding alter wo bist du bei mir in der base nein das ist über max das ist so ein scheiß drop ding alter oh david hat die spinne ja ja warum killt den mal nicht einer hä ich dachte würdest du übernehmen ne kein bock ich hab jetzt endlich meine rüstung die fantasia rüstung ne ne sirius ah ok hey katze meinst du da katze deine wolle ist weg ja nice das müsste mich nur noch finden was müsste mich nur noch finden was müsste mich nur noch finden sucht gerade jemand meine wolle ne oder ist jemand gerade bei mir gerade keiner bei mir gerade keiner bei mir nein wahrscheinlich nicht ich glaub's nicht ich glaub bei max ich weiß auch nicht wo ich bin oh jetzt nachher liegt das ding wirklich hinter dem drop dahinten ich muss kurz david versuchen irgendwie runter zu boxen dann haben wir den illuminati typ raus aber wir haben keine chance außer das ding zu machen das problem ist wenn das jetzt verkackt ist und wir diesen sprung nicht schaffen dann sind wir äh NEIN und haben keine waffe wo ist david ja der hat die illo platte und ein schwert der ist bei sich hier drinnen ich hab nen knockback da fliegt er voll weg ach da ist er ich find das echt nett von max dass er mich hier weiter durchlaufen was meine gott du weißt du nur auf mich die ganze zeit ich wurde die ganze zeit provoziert dann hab ich was kann mir was machen dann komm ich der pizza dreck um die ecke kein skill man hä was hat das mit skill zu tun nicht du max hat mich die ganze zeit abgefangen Max ist runtergefallen der wird übel angepisst weißt du die nächsten folgen immer wenn max vorbei ist ich werde direkt max abfangen ich hab locker geh drüber mir scheißegal ja 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 alter hä ich war doch auch bei dir du hab ich deine wolle nicht gefunden ja aber max hat direkt ins dreck auf mich gegangen mach ich jetzt immer für immer ich gehe jetzt immer aus max mir scheißegal jetzt so wenn ihr wissen wollt wie die folge ausgeht guckt bei den anderen tschüss digger wo ist katze wo ist katze ah ich hab ihn gesehen hier ah scheiß blindness man Ich kann ja nix machen. Irgendwann bin ich einfach wieder sichtbar, ich bin einfach wieder sichtbar, nein! Scheiße, er ist runtergefallen. Ja, aber ist er runterge... Nein, er hat mich nicht einmal gehittet. Hä? Ich kann nicht sterben, ich hab ne zu harte Regeneration. Ich hab nichts, aber Regeneration, ich kill mich. Hä, lol, meine Rüstung ist einfach weg. Da ist Kuchen, hallo Kuchen. Oh, no, 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 no. So, jetzt müssen wir nur noch eine. Magst du ein Pfeil von dir? Danke. Tschüss. Du wolltest ein Pfeil von mir? Ja, wie soll ich bitte Basti noch irgendwie rausholen, ey? Halt da raus. Oh mein Gott. Ja, oh ne, er ist bei mir. Du bist doch bei mir. Ne. Ja Katze, hast du seine Wolle nicht gefunden? Ne. Das war so ein komischer Dropdown-Sprung, den ich mir nicht getraut habe. Halt doch dein Maul, Alter! Hä? Das hab ich doch dreimal gesagt, dass ich mir den nicht traue. Aber deine Reaktion sagt, dass die Wolle da ist. Da denkst du, Alter. Hä? Wo soll hier dieser Dropdown-Sprung sein? Findet ihr nicht? Findet ihr nicht, Katze? Sicher? Katze, wo ist der? Kann ich nicht sagen. Weil ich so gar nicht genau... Hä? Warum nicht? Hä? Weil der wahrscheinlich seine Wolle sein wird? Ja, also. Ist doch gut auch für dich. Hä? Ich bin doch tot! Hä? Warum bist du tot? Hast du dich gekillt? Ja, mich mit dem Bogen. Deine Wolle ist weg. Wow! Ja, das... Och, Mann. So, wenn wir da... Bitte fickt Max irgendwer. Ja, ne. Geht nicht. Weil mir kannst du nicht sagen, wo der Dropdown-Sprung ist. Ja, ich bin tot! Ich darf's nicht sagen! Wo hast du es? Wo hast du es, Basti? Halt dein Maul. Nein, das... So, so mies bin ich nicht. Ich fuck dir nur die nächsten Folgen ab. Bin ich tot, bin ich tot. Die Wolle muss selber suchen. Hä? Ist... Ah, da! Fuck, ich bin runtergefallen! Oh, scheiße! Hab ich jetzt meine... Ich hab... Ich hab ihn jetzt aber gefunden. Ey, fuck, Alter! Nein! Dein fucking Ernst, Alter? Mein Fels zerstört gerade, ne? Ey, lol. Ja, das ist unmöglich. Weil der einen Bogen hat. Ey, verdammte Scheiße. Ich hab mein Holz... ...nicht. Ja! Ich hab... Ich hab extra 8 Holz mitgenommen. Jetzt hab ich das wahrscheinlich weg... ...oder mich hochgebaut irgendwo. Fuck. Ja, ich hab keine Chance mit einem Drecks Phantasia-Bogen. Das ist kein Phantasia-Bogen. Bo? Das ist kein Phantasia-Bogen. Das ist kein Phantasia-Bogen. Was dann? Jetzt Achtung. Das sieht mir nach einem Walter-Bogen aus. Ja, das... ...macht keinen Sinn. LOL. Yes! Nice! Ist jetzt jeder raus? Ja. Ich glaube, ja. Du hast gewonnen. Nice! Hashtag unverdient in die Kommentare. Ja, Alter. Hashtag unverdient in die Kommentare. Vor allem... Vor allem die Wolle sieht man einfach durchs Loch durch. Tschüss! Naja, Cici, bis dann! Und tschüss! Ciao! Prrrrmauuuu! Outro Outro